Kohlhaas sagte, bleich im Gesicht, mit erzwungener Schelmerei, »Hast du auch nicht entweichen wollen, Herse?« Und da dieser mit dunkler Röte vor sich niedersah, »Gesteh mir's«, sagte er, »es gefiel dir im Schweinekoben, nicht du dachtest, im Stall zu Kohlhaasenbrück ist's doch besser.« »Himmelsschlag«, rief Herse, »Sielzeug und Decken ließ ich ja und einem Bündel Wäsche im Schweinekoben zurück, würde ich drei Reichsgülden nicht zu mir gesteckt haben, die ich im rotzeilen Halstuch hinter der Krippe versteckt hatte. Blitz, Höll und Teufel, wenn ihr so sprecht, so möchte ich nur gleich den Schwefel faden, den ich wegwarf, wieder anzünden.«